so leute wir sind wieder da abgeht wir stehen vor dem groß das ist nicht mal ein baum vor so einem alter ding weiß nicht wie wir hierher gekommen sind zum fick ist das denn ja wir sind hier her gefahren du alte nudel ach so weil wir waren in der komischen bude deswegen verwirrt ja exakt hier ist unsere karre weil die sieht mittlerweile ganz schön kaputt gekloppt aus hat ein bisschen was von so mustang na gut wo müssen wir hier reingehen hier sind bei mir ganz viele symbolchen das würde ich gerne auftritt machen ich spiel schlagzeug das ging nicht gut ich spiel hat hier steht was an der wand pay no attention to that man behind the curtain er beachtet nicht nach dem vorhang okay wer ist er das war ein korb, der hat uns vorhin in den korb gegeben Oh, ich will den Bogen, Mann. Oh, nein. Hi. Das sieht aus. Oh, ich will den Bogen. Oh, ich will den Bogen. Oh, ich will den Bogen. Ich bin sicher, dass du auch ein Weg finden, um deine Unterschiede zu nehmen. Wenn du mit dem Bogen bist, mein Geld zu bekommen, dann bin ich sicher. Geld ist eine Illusion benutzt, um die kleine Gedanken zu erinnern. Aber es hilft, wenn du einen Bogen zu kaufen. Ich brauche vier Dinge. Erstens, eine Dämonische Runde. Dann die Haut einer großen Mammel. Und einige Chie-Krystall. Sie können meistens befinden, neben den Blatt-Brenn-Pohlen. Wichtig, doch. Die Blatt-Pohlen sind das die mutatoren in die Tiere. Vielleicht werde ich ein Essen holen, während ich da bin. Ich würde sie nicht empfehlen. Ich bin verletzt. Ich brauche auch ein Gold-Krysanthemum. Die Vendoren im Markt haben sie. Wir haben sie meistens. Wow. Krapels und Blöden. Hey, Leute. Wir werden unsere Resonanz und benutzen sie, um den Pentagon zu levitieren? Was? Komm schon, je nachdem ich diese Materialien hatte, je nachdem kann ich die Chemie zurückbekommen, wo sie gehört. Alles klar, alles klar. zurück in die Jiff. In die Jiff. Ich mache es. Ich habe immer Probleme, das mit der Maus noch auszuwählen. Du auch? Was auszuwählen? Na, die Antworten. Ach so, du, du reagiert es auch für mich. Oh, okay. Ich muss nicht wieder in. Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Up geht's. Sweet car, sweet car. Is this our only transportation option? What, you got a better idea? Sorry, I'm just used to... What? Teleporting? Actually, you're not far off. What? I figured it out when I was training with Smith. It was an accident. You accidentally teleported. When I calm my mind, I can see these statues. And if I focus on one, it sort of pulls me to it. In the real world? How? I have no idea how it works, but I've been doing it for the past year. No wonder Smith took an interest in you. Here, close your eyes. I'll show you. Oh, yeah. Teleportieren! Komm schon! Äh, angenommen Mission, bla bla bla. Drücke i und wähle eine Mission. Hä? Ah. Wo denn? Ist da Missionen? Nö. Achta, Mission. Ah, heißblütig. Starten. Machen wir. Wow! Wo ist mein Schwert? Verdammt. Da. So. Oh! Monster! Oh, hier ist ne Truhe. Ist an ner Truhe vorbeigelaufen, mein guter. Zack! Fuckin' hell! What? Oh! Vorsicht! Ah, shit, voll daneben. Zaaack! Schliets! Zack, zack, zack! Weggehackt, die dumme Sau! Noo! Oh, oh! Wow! Woah! Wow! Waaaah! Waaaah! What the fuck! Digger. Das ist übel groß! Okay, ich kann dir helfen, komm. Wow! Wow! Alter! Oh, Schande. Was ist jetzt los? Oh! Zack, du bist geboren! Boah, alter Schwede. Verrecke! Wow! Holy shit! Okay, jetzt hab ich's. Oh shit, Yuka! Oh shit! Woo! Was denn, man? Oh shit! Nope! I'm out of here! Hup! Hast du was gefunden? Was cooles? Ja, einen riesengroßen 3-Meter-Samurai. Ja, geil, man. Ich mach mal kurz die Küste auf. Oh! Schlitz! Du bräuchte deine Hilfe, Junge. Ich bin voll da, man. Ah! Zack! Woah! Zack! Woah! Zack! Woah! Zack! Das war nicht so gut. Ich brauch meine, ich brauch meine, wusste meine, da! Woah! Fress meine, scheiße! Woah! Ist er sich teleportiert? Woah! Haben wir ihn? Nein, immer noch nicht. Nein, ich gebe das noch. Boah! Wer hat gerade das übelste Loch im Bauch, Junge! Ich hab ihn auseinander gesehen. Oh, jetzt ist ein Keks! WTF? How much is a terrible thing to waste? Ahh! Oh, ich habe noch ein Keks! What the fuck? Zack! Hau nicht wieder die Fässer, Junge, chill. Oh, shit! Oh, ich bin wieder oben, okay. What? Hallo? Wo sind wir denn hier eigentlich? Oh, guck mal links, guck mal links! Oh, shit! Wow! Also ein kleines Vieh habe ich gekillt. Aber... Das Ding heilt sich. Ah, ich gehe in den Nahkampf, scheiß auf. Wow! Ich lade das jetzt voll auf, Junge. Wow! Oh! Zack! Zack, du Missgeburt! Oh, ich habe das Ding gefehl zu halten! Zack! Und jetzt erst mal heilen. Besser. Besser. Sack! Ach so, ich habe keinen Abstand. Oh, was hast du denn da für ein Ding, Alter? Das ist hier das, hier ist der Vor-Ding. Wir suchen immer noch großes Chi, ja? Ja, ich bin hier bei einem riesigen Golem, Junge. Ach du Scheiße. Wer ist er denn? Verletzt von mich Eis. Gut, dass ich Eis-Schaden mache. Oh, nein! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Mission abbrechen! Oh! Mission abbrechen! Oh! Oh, fuck! Effekt! Oh, ich habe Eis-Schaden gemacht. Oh! Oh, shit, Junge! Oh, nice. Ich mache ihm so viel Damage, weil ich Eis-Schaden mache. Oh, er macht mir auch ganz gut Damage. Oh, ich habe ihn gecrittet. Oh! Wow! Wow! Der ist riesengroß, Junge! Was ist denn mit dem Vieh? Hab ihn! Oh, shit! Stop! Hallo? Ist hier jemand drin in der Höhle? Oh, mein Gott! Das machst du, okay. Hier ist dieser blühte Teil. Den kannst du auch nur du aufheben. Ich kann den ja nicht aufheben. Oh, shit! Mist, schalte! Zack! Paul? Yo? Der hat mich angeschlackt, alter. Voll eklig. War hier bei dir so ein Tower, der Leben gibt? Ne, Medikett aber. Ne, weiter hinten. Ja. Oh, hier ist eine Kiste. Gib mir das. Ah, wir müssen zurück in die Stadt. Ich habe mich mal teleportiert, so einfach aus Jux. Achso. Okay, ich sage mir noch den Loot auf. Oh. Oh, hier ist ein Draikus. Nämlich, ich werde es aufheben. Das stimmt. Nein! Existe, ohne die anderen. Tell them to lay off the cryptic wisdom and make my stupid potion already. Kamiko says you're full of shit. Oh, I doubt that very much. Okay, she said to lay off the cryptic wisdom and make the stupid potion already. That's my girl. My items, please. Here you go. Oh, and hey, Kamiko had a question. What was that thing her dad got her? It is a spirit well. An extremely powerful artifact. Say what? Wuh, that's the top well. Ich würde sagen, das war's für den zweiten Part, oder so? Warte, erstmal hier auf Danke drücken, oh Dankeschön, ich habe jetzt zwei Sicheln in der Hand, oh nice, wow, kann man damit auch Sachen machen, genau wie mit Schwert, wow, also Leute, ich hoffe es hat euch gefallen, also, adieu, bis dann, holy shit, wow, Was ist Dustin? Was ist Dustin? Was ist denn da? Was ist das? Was the fuck? Was ist Dustin? Was ist Dustin, Mann?